Musik Das ist jetzt der Start. Hier eine Bitte nochmal an alle Fahrer, anlaut Klassen. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass wir in der richtigen Reihenfolge der Klassen und der Startnummern starten. Und nicht hier so querwäsen durcheinander. Das ist ein Jägermeister, aber auch so ein bisschen nostalgisch. 1.305 und ist auch deutlich schneller geworden. Also die Fahrer, die testen sich hier langsam an den Okob-Höfnerberg an. Die Autos wie an die 1. der Klasse 4 hier auch schneller da.